Dear Friends, liebe Freunde in der ganzen Welt, in ganz Europa, ich grüße Sie herzlich aus meinem Büro am Staatstheater am Gärtnerplatz in München. Mein Name ist Josef Ernst Köpplinger, ich bin der Staatsintendant des Hauses. Ein Operntag, das ist das Schönste, was es gibt, denn Musik ist eine Weltsprache. Sie vereinigt nicht nur ein Publikum im Saal, sondern sie vereinigt die ganze Welt. Musik ist etwas, das wir verstehen, wenn wir es zulassen. Gefühle, die die Seele in den Verstand ringen, erzählen eine wunderbare musiktheatralische Geschichte. Unser Haus kooperiert mit Europa, mit der Welt, mit Toulouse, mit Barcelona, mit der Semperoper, mit der Rheinoper, mit der Volksoper, in der Schweiz, mit St. Gallen. Das heißt, wir sind nicht nur vom Gedanken, sondern auch in der Praxis ein europäisches Opernhaus. Gehen Sie ins Theater, gehen Sie in die Oper und nicht nur am Operntag, sondern am besten jeden Tag. Ihr Herz, Ihr Verstand wird es Ihnen danken und Sie werden die Welt durch die Musik schöner erleben. Ich grüße Sie alle da draußen recht herzlich. Musik Ich grüße Sie alle da draußen recht herzlich. Musik